So liebe Leute, wir haben den 5. Dezember. Wer gestern eingeschaltet hat, weiß, dass gestern der 4. war, heute der 5. ist. Ihr könnt gewinnen und zwar 3x 5 Liter vollsynthetisches 5W30 Motorenöl. Wie ihr wisst, benutze ich Ravenol-Motorenöl auch in meiner Driftkiste und das funktioniert auch genauso, wie es funktionieren sollte. Mich würde interessieren, was ihr so für Öl benutzt. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr das Öl gewinnen möchtet, das geht nur auf eine Art und Weise. Und zwar müsst ihr Hashtag 5W30 unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, 3x 5 Liter Öl zu gewinnen. Das heißt, im Ganzen 15 Liter. Wenn ihr einen kleineren Motor habt, kannst du sogar 2 Ölwechsel damit machen. So ungefähr. Wenn ihr einen großen Motor habt, wenn ihr irgendeine V10 hat, dann nicht. Aber wenn ihr einen kleinen Motor habt, dann könnt ihr 2 Ölwechsel machen. Und wir verlosen natürlich wieder, ne, wir suchen natürlich unter allen Leuten, die in die Kommentare ein Hashtag 5W30 reingeschrieben haben, suchen wir jemanden raus, beziehungsweise es wird einer ausgelost und derjenige kann das dann gewinnen. Also viel Glück damit und schauen wir mal, was der Franzi morgen für euch hat. So, bis morgen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020